Der Weißwedelhirsch ist die häufigste Hirschart Nordamerikas. Er ist deutlich kleiner und zierlicher als die oft in gleichen Regionen verbreiteten Vapitis. Merkmale Im Winter ist das Fell fast zingrau, im Sommer dagegen mehr rötlich und oben dunkler als unten. Namengebend ist der Schwanz, der oberseits braun ist, unterseits aber weiß. Auf der Flucht wird er aufgerichtet, sodass man ein weißes Fluchtsignal sieht. Nur die Männchen tragen ein Geweih. Es wird jeweils nach der Brunft abgeworfen und danach wieder neu gebildet. Beide Geweihstangen sind halbkreisförmig nach vorne und außen gerichtet und tragen normalerweise sechs oder sieben Sprossen. Die Größe variiert stark zwischen den Unterarten. Bei den Tieren der nördlichen USA beträgt die Schulterhöhe etwa 1,0 bis 1,1 Meter und das Gewicht des Männchens zwischen 100 und 150 Kilogramm. Nach Süden hin werden die Unterarten kleiner. Auf den Florida Keys leben Weißwedelhirsche mit einer durchschnittlichen Schulterhöhe von 60 Zentimeter und einem Gewicht von 35 Kilogramm. Die Lebenserwartung beträgt ungefähr zehn Jahre. In der Regel tragen nur die Männchen ein Geweih. Es gibt jedoch Phänotypen, bei dem auch die Weibchen Geweih tragen. Ebenso existiert eine geweihlose Morphe von Männchen, die aber offenbar fortpflanzungsfähig sind. Ein weiterer Phänotyp an Männchen verliert die samtartige Haut über den Geweihstangen nicht, die gewöhnlich von den Männchen abgeworfen wird. Sobald das Geweih ausgebildet ist, dieser Phänotyp weist auch einen Körperbau auf der Erde, dem der Weibchen entspricht. Sie gelten als unfruchtbar. In einigen Regionen beträgt der Anteil solcher Weißwedelhirsche zehn Prozent an der Gesamtpopulationen, kann aber vereinzelt auch deutlich höher sein. Die Biologin John Roughgarden argumentiert deshalb, dass der Anteil zu hoch ist, als dass der Anteil als für die Gesamtpopulation als schädlich betrachtet werden kann. Verbreitung Der Weißwedelhirsch ist von Südkanada bis Peru und Nordbrasilien verbreitet. Er gehört zu den am weitesten verbreiteten Hirscharten überhaupt. Sie sind einer Vielzahl unterschiedlichster Habitat angepasst. Es gibt sie sowohl in den großen Wäldern Neuenglands als auch in der Prairie. In den Sümpfen der Everglades ebenso wie in den Halbwüsten Mexikos und Arizonas. In Südamerika bewohnt er Galeriewälder, küstennahes Buschland und die Nordhänge der Anden, fehlt aber im Regenwald. In Mittel- und Südamerika sind Weißwedelhirsche generell sehr viel seltener als in Nordamerika. Weißwedelhirsche wurden auch in anderen Teilen der Welt eingeführt. In den 1950ern brachte man sie nach Finnland, von wo aus sie sich inzwischen selbsttätig in benachbarte Staaten Skandinaviens ausgebreitet haben. Auch in Tschechien gibt es eine eingeschleppte Population. Außerdem ist der Weißwedelhirsch eine von sieben Hirscharten, die in Neuseeland zu Jagdzwecken eingebürgert wurden. Lebensweise Generell ist der Weißwedelhirsch hier ein Einzelgänger als ein Herdentier. Dies gilt allerdings nur bedingt. Denn vor allem außerhalb der Paarungszeit finden sich Weibchen ebenso wie Männchen immer wieder zu losen Verbänden zusammen. Zur Brunft suchen die Männchen einzelne Weibchen, anders als Vapitis versuchen sie nicht, einen Haarem zu unterhalten. Die Weibchen bringen nach einer Tragzeit von etwa 200 Tagen ein bis zwei, sehr selten auch drei oder vier Kälber, zur Welt. Wie viele junge Hirsche sind die Kälber bei der Geburt mit weißen Flecken überzogen? Der Weißwedelhirsch lebt von Blättern, Gräsern, Knospen, Beeren und anderen Wildfrüchten sowie von Baumrinden. Er hat eine Vielzahl von Feinden, neben dem Menschen vor allem Wölfe, Pumas, Beeren und Kojoten und in Süd- und Mittelamerika auch den Jaguar. Bedrohung und Schutz Vor der Ankunft der Weißen gab es allein in Nordamerika schätzungsweise 40 Millionen Weißwedelhirsche. Sie wurden von den Indianern gejagt, was aber wenig bis keine Auswirkungen auf die Bestandszahlen hatte. Die Kolonisten jagten die Hirsche wegen ihrer Fälle und heute aber auch zum Vergnügen. Bis 1900 gingen die Populationen rapide zurück bis es nur noch 500.000 dieser Tiere in Nordamerika gab. Seitdem hat eine Regulierung der Jagd zu einer weitgehenden Verbesserung geführt, aber regional ist die Lage sehr unterschiedlich. Es gibt Gegenden, wie zum Beispiel das Gebiet der großen Seen, in denen Weißwedelhirsche wieder so häufig wie einst sind. In den USA gibt es nun wieder 14 Millionen Weißwedelhirsche. In Mexiko, Zentral- und Südamerika gehen die Zahlen aber weiter zurück. Einige Unterarten sind nahezu ausgestorben und stehen auf der roten Liste der IUCN. Dies sind Kie-Weißwedelhirsch auf den Florida-Kies, eine kleinwüchsige Unterart. Durch die Jagd gab es 1945 nur noch 26 dieser Hirsche. Dank intensiver Schutzmaßnahmen gibt es nun wieder 300 Tiere, aber der wachsende Tourismus der Kies gibt Anlass zur Sorge. Fast alle Kie-Weißwedelhirsche leben auf No Name Kie und Big Pine Kie. Benachbarte Inseln werden manchmal schwimmend erreicht. Das Fehlen ausreichender Süßwasservorkommen macht aber stets eine Rückkehr zu den beiden genannten Inseln notwendig. Die IUCN bewertet die Unterart als stark gefährdet. Columbia-Weißwedelhirsch benannt nach dem Columbia River in Washington und Oregon. Zwischenzeitlich waren die Bestände auf 400 Tiere gefallen, da die menschliche Besiedlung der Ufer des Columbia River dem Tier den Lebensraum nahm. Heute gibt es wieder 3000 Tiere, so dass sich der US-Fisch-und-Emp-Wild-Life-Service 2003 entschied, die Unterart von der Liste der bedrohten Tiere der USA zu nehmen. Bei der IUCN gilt diese Unterart als gering gefährdet. Sonstiges Der nächste Verwandte des Weißwedelhirsches ist der Maultierhirsch. Die beiden Arten sind untereinander fruchtbar, so dass es gelegentlich zu Hybriden kommt. Meistens ist dabei das Muttertier eine Maultierhirsch-Sku. Die Männchen der Weißwedelhirsche setzen sich gegenüber den Männchen der Maultierhirsche beim Werben um ein brünftiges Weibchen durch. Weil sie schneller sind als Maultierhirsche und in der Verfolgung des brünftigen Weibchens auch deutlich hartnäckiger. Die Nachkommen sind zwar fruchtbar, sie haben jedoch eine höhere Mortalitätsrate als die Nachkommen von Maultier- oder Weißwedelhirschen. Weder zeigen sie so ausgeprägte Prätsprüngen wie reine Maultierhirsche noch erreichen sie die Fluchtgeschwindigkeit und Ausdauer von Weißwedelhirschen und fallen daher eher Fressfeinden zum Opfer. Beide Arten sind für Chronic Wasting Disease empfänglich. Der Weißwedelhirsch ist das Repräsentationstier der US-Bundesstaaten Arkansas, Illinois, Michigan, Mississippi, Nebraska, New Hampshire, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, South Carolina und Vermont. Er kommt, wie im Wappen der kanadischen Provinz Saskatchewan, auch in der Flagge Michigans und im Siegel Michigans sowie in der Flagge Famons vor. Der Disney-Zeichentrickfilm Bambi hat sich die Freiheit genommen, aus dem europäischen Reh der Romanvorlage einen Weißwedelhirsch zu machen, da Rehe in Nordamerika nicht vorkommen. Da sich die Kitze von Rehen und die Kälber von Weißwedelhirschen sehr ähneln, wurde der Unterschied vom europäischen Publikum allerdings selten bemerkt. Belege Weblinks oder Koileus virginianus in der roten Liste gefährdeter Arten der IUCN 2006 Eingestellt von